Erstmal Waffen wechseln, erneu gelootet. Ach, diese Scavs, Alter. Wir waren grad eben voll so ruhig, weil wir voll konzentriertet waren. Oh, ja, No-Scope-Snipe, äh ne, Quickscope, Alter, bollert mega. Oh, Explosionsgewehr. Ah, ich peitsche dich, Junge. Also ich hab grad den einen Badass gar von hinten gepeitscht, weil ich einfach kann. Niko, kennst du aus Borderlands 2 noch diese Mini-Raketenwerfer-MGs? Ja. Wo so explizierte Kugeln ab vorher hast, dann hab ich grade. Ja? Nietzsche. Ja, very Nietzsche. Du durftest Sprungpads benutzen. Ich durfte nie ein Sprungpad benutzen. Ich habe auch viele Unschuldige sterben sehen. Aber trotzdem. Sprungpads. Was? Bitch! Hast du aber lang gebraucht. Ja, ich hab noch gelootet. Gelootet! Gönn dir, Nico. Hm? Ja. Der sieht assi aus. Richtig geiler Arena übrigens. Ich kann's kaum erwarten, deine Leiche auf ein Sprungpad zu werfen und zuzusehen, wie sie hochfliegt wie eine Kinderfantasie. Was zum Fick, Alter? Ah! Pass auf, hier kommen so komische Sphären an, die man scheiben die Sau. Okay. Ah! Oh, hier kann man stehen bleiben. Ich versuche grad einfach nur einen Gegner grad zu finden. Der ist bei mir drüben. Was sagste? Ein 280er-Kid? Sieh dir Feuer auf dich! Ich geh und kill sie! Alter, das schluckt richtig grad von mir. Ich stirb gleich. Hol den Irren! Ist er ein bisschen gay hier? Fuck, 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 fuck. Ja, das denk ich mir auch gerade. Ich hab aber zwei Leben, ne? Ich bin tot. Im Flug. Alter. Bei mir leckt das megamäßig rum. Boah, ernsthaft? Kauf dir mal einen gescheiten PC. Ja. Kauf du dir eine gescheite Leitung, Alter. Werde ich bei dir? China leckt das bei mir auch den Sau bei mir. Ja, das sieht aber an dir. Ja, klar. Das sieht immer an dir. Peil das endlich mal. Mensch, ey. Ist doch klar. Er ist übrigens hinter dir, ne? Scheiße ist er hinter mir. Kann der sich porten? Der ist hinter dir. Komm, Junge. Achtung, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Noch nicht. Ah, töten wir den einmal schnell. Anscheinend wurde er nicht so, ne? Ja, ich hab ihm halt nur die Hälfte vom Leben gezogen. Nur. So. Hast du gesagt? Hä, warum kann ich die Waffen nicht aufheben? Hallo. Voll. Willst du mich verarschen? Boah. Fallen lassen. Fallen lassen. Boah, dieser Sprung wird zwar wieder in einem Fall. Boah, verzieh dich du scheiß Scarf, Alter, ey. Ernsthaft. Damn. Ich muss verkaufen gehen, Alter. Ja, gönn dir, ne? Ja, wo kann ich denn verkaufen? Keine Ahnung, schau auf die Karte. Was ist das für ein Ding denn in der Mitte, das du umschießt? Ah, so ein Scarf. Ja man, gekillt, ey. Ich bin so gut. Kommst du irgendwann mal? Ich bin grad minimal verwirrt wegen des Sprungpads, die mich überrum schicken. Ist das ne Laserwaffe? Ja. Boah, ist die behindert. Egal, ne Skillanpassung. Hab ich irgendwas Praktisches? Ne, alles Scheißdreck. Bin aber auch voll. Ja. Auch geil, wie jeder erstmal lootet und nicht das Missionsobjekt holt. Ja, wie ein Missionsobjekt? Liegt direkt hier nebendran. Und da, bin ich froh, das zu sehen. Hebs auf! Jetzt, wo du den Digistruck-Schüssel hast, kannst du eine meiner Mond-Zoomis bei der Dahl-Station anschalten. Begib dich hin. Aber Vorsicht! Nach dem großen Bersten haben sich dort Scavs eingenistet. Öffbar hier. Ah. So, nur mal kurz die Waffe untersuchen. Hm. Willst du meine MG? Zeig mal. Ach, kurz mal hier, ähm. Ähm. Ja. Ist doch ein Mongo, ne? Willst du meine Sniper? Los geht's. Habe ich überlegt, MG ist glaube ich nicht so geil für mich. Ich stasiere, füllen dein Oskett wieder auf. Einfach reinstellen und tief durchatmen. Naja. Geil. Ballert einfach, wa? Der muss. Oh, verzieh dich du kleiner Kiesel, alter du Kiesel-Stein. Weg. Loll, ich one-hit die mit dem Narkam-Angriff. Ja? Ne, one-hitten tue ich nicht. Ja, ich habe auch ne Waffe, die 50% mehr Narkam-Schaden macht. Wo? Boah, du bist ja voll der Harte, ey. Was ist das denn? Ne Scheißwaffe. Äh. Gib dir einen Tipp, renn nicht geradeaus weiter. Warum nicht? Na so, ja. Geht eh nicht weiter da. Ich habe mega Durst, ey. Richtig krass. Gern geholfen. Alter, spawnen halt immer so Kiesel-Ränder. Ein wenig. Aber dann kam das große Bersten. Überall trat Lava aus und da verzog sich in Windeseile. Die haben ganze Fabriken zurückgelassen, die Maschinen wittern dort vor sich hin. Nach ein paar Jahren kam die erste Flotte. Es war nicht wirklich die erste, aber man nannte sie so. Jetzt leben wieder Leute hier. Na ja, Leben ist vielleicht zu viel gesagt. Na ja. Aber es sind Leute hier. Neben allen anderen Lebewesen. Niemand weiß, wie es zum großen Bersten kam. Aber die meisten sagen, Dahl ist schuld, weil die Mineralien geschürft haben oder so. Keine Ahnung. Storys müssen nicht stimmen, um geglaubt zu werden. Sie müssen nur erzählt werden. Und die hier erzähle ich oft. Okay. Läuft. Mach ich auch mal. Läuft bei ihr. Läuft bei ihr. Läuft bei ihr. Ich muss sagen, wie es jetzt ist, dass ich voll klar mit der Sauerstoff-Aktion. Ja, dann kein Problem. Ziemlich easy, finde ich. Also du Viecher kriegst. Oh lol, mein Sauerstoff. Ich hab keinen Sauerstoff mehr. Hier liegt ein Ding. Oh. Dann kannst du was erleben. Naja, ich bin schon wieder voll. Brauchen wir uns, damit wir deadlift und seinen geilen Raumanzug reichen können. Oh, da ist einer. Nicht mehr lange. Wenn ich auf den Berg hoch schaue, was irgendwas gibt. Da war ein Emulator. Ach, wenn der Emulator verreckt, dann spawnen da drei, vier neue. Interessant. Wo laufen wir eigentlich hin, ey? Ernsthaft? Ich lauf in der Gegend rum. Ja, wieso gehen wir nicht dahin, wo das Missionsziel ist? Ein paar Sachen durchsuchen will noch. Ja, mach das dann auch mal. Oh Mist. Hätte nicht gedacht, dass du wirklich brauchst. Ah, Freunde. Oh, wie schnell wie gespawnt das? Bitte. No. Ah, ist das einfach. Fuck! Abwärm. Komm! In der Luft. Boah, Alter, hier treff ich das Kackding nicht. What?! Alter, das ist ein Irrer, ey. Oh, ist zu gehindert, ey. Kann man dir helfen Komm Hör auf zu peitschen, Bitch Ich peitsch den zu Tode, ey Voll Spaß, ey Ich peitsch den Alter, zum Teufel mit dir Äh, Julian Ich bräuchte wenig Hilfe Wo rennst du auch sofort, du Mongo? Ja, es wird eng Ja, jetzt bin ich da Ja, das ist natürlich doof gelaufen Ach, dann komm ich halt da her Oh, ich hab 83 Cash verloren Wie musst du mir zurückzahlen? Bist du echt, du bist gestorben, nicht ich? Halt's Maul, ich will mein Geld wieder, okay? Können wir das auch bei Barlands 2 einführen? Was? Geld zurückzahlen? Dass du mir das Geld zurückgibst, was ich wegen dir verloren hab? Nee, ich hab doch viel weniger als du Ja, eben Das, was ich jetzt mal verliere, ist das, was du generell hast Ja, eben Lappen Oh, ne Waffe Ne Schrotze Nee Ein Sprungpad Ah, ich brauch ne gescheite Pistole mal wieder Wo müssen wir jetzt, ernsthaft, wo müssen wir hin, ey? Keine Ahnung, wo du rumfilmmest Weiß, wo wir hin müssen Was zum Fick? Ich kenne die Pistole Ich komm, der ist weg Legt ne Pistole rum Nö, ist schlecht Alter, wir können die voll wegbeaschen, die fliegen halt auch richtig geil weg. Hast du gesehen? Ja. So war's doch geil. Peng, voll in der Fresse ey. Ich find die raussagend wie geiler. Was sagen die? Ich blem auch. Ja? Ja. Pam. Erstmal O2 holen. Tutank verwehrt. Ignorier das, tritt sie ein. Ja. Sehr gut. Schnapp dir jetzt ein Fahrzeug und komm zurück. Ich fahr. Äh. Ich glaube Julian ist gerade nicht mehr im TS. Ja. Wetten. Julian hat gerade keine Talkpower. Boah, das ist minderwertig, wa? Ah, ja Julian, wir hören dich nicht. Wenn du einfach scheiße bist, warum gehst du nur offline im TS? Meine Fresse, du wirst die Aufnahmen kurz abbrechen. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Moment. Ja. Ja. Ja.